Die Befreiungstheologie oder Theologie der Befreiung ist eine in Lateinamerika entwickelte Richtung der christlichen Theologie. Sie versteht sich als Stimme der Armen und will zu ihrer Befreiung von Ausbeutung, Entrechtung und Unterdrückung beitragen. Aus der Situation sozial deklassierter Bevölkerungssteile heraus interpretiert sie biblische Tradition als Impuls für umfassende Gesellschaftskritik. Dabei bezieht sie sich auf eine eigenständige Analyse der politökonomischen Abhängigkeit und arbeitet für eine basisdemokratische und überwiegend sozialistische Gesellschaftsordnung. Daraus ergaben sich, vor allem in der katholischen Kirche, zwangsläufig erhebliche Konflikte mit der Kirchenhierarchie, die häufig in Disziplinarmaßnahmen gegen einzelne Geistliche mündeten. Als Konsequenz ihrer Überzeugungen stellten sich die Befreiungstheologen zudem offen gegen die in Südamerika weit verbreiteten oligarchischen und diktatorischen Regime, was zahlreiche Geistliche das Leben kostete. Das bekannteste Opfer ist Oscar Romero, der 1980 ermordete Erzbischof von El Salvador. Die Grundkonzepte der Befreiungstheologie entstanden seit etwa 1960 aus der Selbstorganisation von katholischen Basisgemeinden in Brasilien. 1968 trat diese Richtung mit der Parteinahme der zweiten allgemeinen lateinamerikanischen Bischofskonferenz in Medellin für die Armen hervor. Ihren Namen gab ihr das 1971 erschienene Buch Theologia de la Liberation von Gustavo Gutierrez. Die überwiegend katholische Befreiungstheologie empfing Anregungen vom Zweiten Vatikanischen Konzil und wirkt in die Ökumene sowie in den sozialkritischen Protestantismus hinein. Ähnliche Konzepte entwickelten sich auch in Südafrika und einigen Ländern Asiens. Auch die in den USA im Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung entstandene schwarze Theologie versteht sich als Befreiungstheologie. Die Entstehung und Hintergründe etwa seit der Zeit der kubanischen Revolution 1959 bildeten sich in den armen und meist katholisch geprägten Bevölkerungsschichten ehemaliger europäischer Kolonien vermehrt sogenannte Basisgemeinden. Deren Mitglieder waren in der Regel landlose Bauern, Landarbeiter, Islambewohner und Analphabeten, die ihre Alltagsprobleme gemeinsam zu bewältigen versuchten. Hier wurde die biblische Botschaft unmittelbar auf die reale Situation ihrer Leser bezogen, um daraus eine gesellschaftliche Hoffnungsperspektive für sie zu entwickeln. Das besondere Kennzeichen dieser lebensnahen und praktischen Exegese ist, dass sie von den betroffenen Armen selbst vorgenommen wird, die sich als in den Bibeltexten gemeinte und angeredete entdecken. Nach und nach kamen in fast allen Ländern Lateinamerikas, beginnend 1964 mit einem Militärputsch in Brasilien, von den USA ökonomisch und militärisch gestützte Militärdiktaturen an die Macht. Diese Entwicklung hatte ihren Höhepunkt in den 1970er und 1980er Jahren. Die Regime betrieben fast durchweg eine für die jeweilige Bevölkerungsmehrheit sozial und wirtschaftlich nachteilige bis katastrophale Innenpolitik, die nur den zahlenmäßig kleinen Oberschichten zugute kam. Jegliche Versuche und Forderungen, die Situation der Armen durch Reformen zu verbessern oder gar die Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen, wurden von den Regierenden mit massiver Gewalt und Unterdrückung beantwortet, was in vielen lateinamerikanischen Ländern in sogenannten schmutzigen Kriegen gipfelte. Im Gegenzug kam es in vielen Ländern seit 1965 zu Rebellionen, Umstürzen und Revolutionsversuchen, so in Argentinien, Brasilien, Chile, Peru, El Salvador und Nicaragua. Die Gesamtbilanz der staatlichen lateinamerikanischen Repressionspolitik der 1970er und 1980er Jahre schätzen Menschenrechtsorganisationen wie Folgt ein, etwa 50.000 Menschen wurden direkt ermordet, rund 350.000 gelten als gewaltsam und dauerhaft verschwunden. Und 400.000 wurden zeitweise aus politischen Gründen gefangen gehalten. In diesem Kontext stellte sich ein wachsender Teil von Christengemeinden und Kirchenvertretern auf die Seite der um Befreiung ringenden Bevölkerung. Die Rolle der Kirche blieb jedoch zwiespältig. Ein Teil der kirchlichen Hierarchie stand stets eng an der Seite der jeweiligen Machthaber, auch im Fall von oligarchisch geprägten, vom Militär gestützten autoritären Regimen oder Militärdiktaturen, solange diese sich christlich und antikommunistisch bzw. konservativ gaben, was in Lateinamerika fast durchweg der Fall war. Ein anderer Teil der Kirche entwickelte jedoch aus den konkreten täglichen Erfahrungen mit Unterdrückung, Folter, Polizeistaat, Rechtlosigkeit und Elend heraus eine neue und umfassende Solidarität mit den armen Bevölkerungsmehrheiten, was zwangsläufig auch Kritik an den Besitz- und Herrschaftsverhältnissen bedeutete. Im Jahre 1968 kam es in Medellin zur zweiten allgemeinen lateinamerikanischen Bischofskonferenz. Die dort versammelten Bischöfe versuchten, sich gegenüber den neu aufkommenden sozialen Bewegungen zu positionieren. Unter der Führung des brasilianischen Erzbischofsdom Helder Camara wurden die gewaltigen sozialen Ungerechtigkeiten in Lateinamerika angeprangert. Verurteilt wurden das liberal-kapitalistische und das marxistische Gesellschaftssystem. Stattdessen wurde ein gewaltloser und reformistischer, sogenannter Dritter Weg zur Befreiung vorgeschlagen. Anknüpfend an die Enzyklika Populorum Progressio von Papst Paul VI. Erhob der gesamte lateinamerikanische katholische Episkopat im Beisein und Mitwilligung des Papstes die Option für die Armen zur Leitlinie der kirchlichen Position. Gustavo Gutiérrez, Hugo Esmen, Juan Luis Segundo und Leonardo Boff veröffentlichten, Alle im selben Jahr 1971 unabhängig voneinander ihre Schriften, die als das Fundament der Theologie der Befreiung gelten. Ähnliche Aufbrüche gab es auch in den USA, wo sich aus der Bürgerrechts- und Protestbewegung der 1960er Jahre eine schwarze Theologie gegen den alltäglichen Rassismus entwickelte. Diese wirkte wiederum auf die christlich motivierte Anti-Apartheid-Bewegung Südafrikas ein. Ein Beispiel hierfür ist das Kairos-Dokument. Auch auf den Philippinen in Sri Lanka und Indien entstand seit 1968 eine Theologie des Kampfes. Diese Bestrebungen werden oft als dritte Welttheologie zusammengefasst. Obwohl sie jeweils eigenständig waren und auch europäische sowie nordamerikanische Vertreter beeinflussten. Programm Von Lebenserfahrung der Armen geleitete Bibelauslegung Die Befreiungstheologie ist ursprünglich eine Theologie der Armen selbst. Die Entwicklung der Basisgemeinden mit gemeinsamen, von keinen Amtsträgern geleiteten Gottesdienstformen war weit fortgeschritten. Als die ersten Befreiungstheologen auf dem internationalen Buchmarkt zu Gehör kamen, Ihre Autoren verstehen sich nicht als Erfinder einer neuen Theologie, sondern als Sprachrohr der Unterdrückten. Diese selbst waren es, die in der Bibel ihr ureigenstes Thema, die Befreiung aus jeder Form der Sklaverei, wiederentdeckten und daraus politische Folgerungen für ihre Realität ableiteten. Die Befreiungstheologie will diese Entdeckung unterstützen und praktisch wirksam werden lassen. Dies wird damit begründet, Dass Befreiung das durchgehende Hauptthema der Bibel sei und die Armen und Unterdrückten die zentralen Adressaten dieser Befreiung seien. Dabei kommt der Exodus-Tradition eine Schlüsselrolle zu. Hier erscheint der Gott Israels als der, der das Elend seines Volkes sieht und die Schreie über ihre Bedränger hört. Dies wird im Neuen Testament ebenfalls gleich zu Anfang bekräftigt, wo Maria als Lobpreis für die ihr zugesagte Geburt des Messias singt. Darum wird Erlösung als Zentralbegriff der biblischen Heilsbotschaft nicht wie in der traditionellen Theologie ausschließlich spirituell verstanden, sondern als eine sozialpolitische und ökonomische revolutionäre Veränderung. Das Heil, das die Bibel verkündet, wird nicht mehr nur auf das Jenseits bezogen, sondern auf die gesellschaftliche Realität im Diesseits. Die Befreiungstheologen betonen, dass sie diese Deutung nicht willkürlich, sondern im Anschluss an den Eigensinn der Bibel gewinnen. Sie folgern daraus eine grundsätzliche Neuorientierung der Kirche an der Zukunft der Armen. Nicht nur in ihren Ländern, sondern als Herausforderung an die Gesamtkirche und die Ökumene. Methodisch vertreten Befreiungstheologen eine kontextuelle Bibelexegese. Dabei wird zunächst eine aktuelle sozialpolitische Analyse der Gegenwartssituation vorgenommen, um daraus Leitlinien für die Textauslegung zu gewinnen, die sich wiederum auf die eigene Lage zurückbeziehen. Politisch favorisieren befreiungstheologische Entwürfe meist ein sozialistisches Gesellschaftsmodell, wobei sie sich deutlich gegen die Dominanz von sowjetisch gelenkten Parteien und neuen Diktaturen abgrenzen und die basisdemokratischen und genossenschaftlichen Elemente betonen. Bezugspunkt ihrer Sozialkritik ist die sogenannte Dependenztheorie, welche die Mechanismen der Ausbeutung aus einer doppelten Interessenidentität erklärt. Zum einen aus der engen Verflechtung der eigenen nationalen Eliten mit den Eliten der reichen Industrienationen, zum anderen aber auch der Einbindung großer Teile der Lohnabhängigen in das Wohlstandsgefälle in den reichen Ländern. Die lateinamerikanische Befreiungstheologie orientiert sich seit ihrer Entstehung an der lateinamerikanischen Soziologie der 1960er Jahre, die von der Dependenztheorie bestimmt war. Diese reagierte auf die damalige Krise des Entwicklungsmodells der Importsubstitution, das sich von stärkerer Industrialisierung eine geringere Abhängigkeit von Importen und damit vom Markt der hochindustrialisierten Länder versprochen hatte. Dieses Konzept vertraten damals die Allianz für den Fortschritt, die Christdemokratie-Chiles sowie Ökonomen der UNO-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik wie Raue Präbisch. Sie grenzten sich wie die Befreiungstheologen vom Neoliberalismus und Neokonservatismus ab, wurden aber dennoch von den Dependenztheoretikern als dessarolisten kritisiert. Nach Steffen Flexig scheiterten die an sich richtigen Entwicklungsmodelle der CEPAL an der Politik rechtsgerichteter Regimes seit dem Putsch 1964. In Brasilien. Dann in Bolivien, seit 1973 in Chile und in Argentinien. Diese hätten den Kontinent zum machtpolitischen Exerzierfeld einer gewaltbereiten neoliberalen Elite gemacht, um die Reformerfolge der 1960er Jahre zurückzudrehen. Der russische Ökonom Viktor Krasil-Chikov beschrieb den Übergang zum Neoliberalismus als globalen, nicht auf Lateinamerika begrenzten Prozess. Zur Analyse dieses globalen Kapitalismus hatte der Soziologe und religiöse Sozialist Karl Polanyi schon in den 1930er Jahren den Weltsystemansatz mitbegründet. Demgegenüber wird die Dependenztheorie als zu sehr an der lateinamerikanischen Situation orientiert kritisiert, die die Situation der muslimischen Welt und Asiens wie auch die wachsende Ungleichheit und Verarmung in Europa und Nordamerika zu wenig erfasse. Die Dependenztheorie wiederum reagierte durch einen kritischen Dialog mit der Weltsystemtheorie auf die Kritik. Ivan Petrela zufolge muss sich die Befreiungstheologie stärker mit Problemen wie dem Sexismus und der Umweltverschmutzung auseinandersetzen, um sich mit anderen sozialen Bewegungen verbünden zu können. Anders als in der europäischen Theologie seit 1945 war der jüdisch-christliche Dialog für viele Befreiungstheologen bis etwa 1990 noch kein Thema. Historisch-kritische Bibelforschung und im Dialog mit jüdischen Theologen gewonnene exegetische Erkenntnisse wurden kaum oder verhältnismäßig spät. Rezipiert Aufgrund der hermeneutischen Grundregel, die biblischen Texte mit den Augen der aktuell Unterdrückten zu lesen und direkt auf ihre Lebenswelt zu beziehen, wurde die biblische Tradition einerseits kreativ angeeignet. Andererseits überging man dabei auf die historische Situation der Textentstehung und ihren Bezug zum erwählten Gottesvolk der Israeliten. Dabei wurden auch unreflektiert anti-judaistische Klischees aus älterer europäischer Theologie übernommen. Der Brasilianer Carlos Mestas etwa stellte Sadduzeer und Pharisäer im Neuen Testament 1973 als gemeinsame Gegner Jesu und Vertreter eines für das Volk der armen tödlichen Religionssystems dar. Insbesondere die Pharisäer hätten mit ihrer Gesetzesauslegung das Leben erstickt, um ihre unterdrückende Herrschaft religiös abzusichern. Sie hätten eine buchstäbliche Befolgung der Tora gelehrt und diese benutzt, um ein von Menschen gemachtes Ausbeutungssystem zu verschleiern und zu verteidigen. Mestas verglich die Hauptvertreter des Judentums seit 1970 mit den Vertretern der nationalen Sicherheit in lateinamerikanischen Militärdiktaturen, die auch kirchliche Funktionsträger stützten und rechtfertigten. Dazu zeichnete er ein in der deutschen Theologie mindestens bis 1960 gepflecktes Zerbild der Pharisäer. Tatsächlich vertrat diese volksnahe Leinbewegung schon vor Jesus eine flexible, situationsgerechte Tora-Auslegung. 1986 würdigte Mestas die Zehngebote und die Sozialgesetze der Tora als Weg zur Befreiung vom Haus der Sklaverei im Bund mit dem parteilichen Gott, der die Armen durch Recht und Gerechtigkeit dauerhaft von der gegenwärtigen Unterdrückung befreien wolle. Die kasuistische am Buchstaben Haftende Tora-Auslegung sei historisch gescheitert. Jesus habe einen neuen Bund mit den Armen geschlossen und ihnen damit eine Zukunftsperspektive eröffnet. Mestas bezog dies auf damalige Versuche in Brasilien unter Beteiligung der Bevölkerung eine neue rechtsstaatliche Verfassung einzuführen. Hermann Brandt kritisierte diese Auslegung 1990 wie folgt. Demgegenüber verstand Philip Potter, afroamerikanischer Anwalt der Befreiungstheologie im RRK, den Zionismus als Bewegung zur Befreiung des jüdischen Volkes von Unterdrückung und Rassismus. Er widersprach daher der Resolution 3379 der UNO-Vollversammlung vom 10. November 1975 die Zionismus mit Rassismus gleichsetzte. Heute führen Befreiungstheologen stärker als früher auch einen Dialog mit jüdischen und muslimischen Theologen und Soziologen. Vertreter Lateinamerikanische Befreiungstheologen Gustavo Gutierrez, peruanischer Theologe, machte den Begriff der Theologie der Befreiung im Jahr 1971 mit seiner Schrift Theologia de la Liberation bekannt. Leonardo Boff, katholischer Theologe und Menschenrechtsaktivist. Er wurde 1985 von der römischen Kongregation für die Glaubenslehre unter der Leitung von Kardinal Josef Ratzinger, später Papst Benedikt XVI. Wegen seiner Schriften zur Befreiungstheologie zu einem Jahr Lehr- und Predigtverbot verurteilt. Nach seiner Heirat verlor er alle kirchlichen Funktionen. Clodo Vesbov Bruder Leonardo Boffs John Sobrino entwickelte ausgehend vom Begriff der gekreuzigten Völker eine Christologie der Befreiung. Vertreter der lateinamerikanischen Befreiungstheologie sind außerdem Rubem Alves Hugo Assmann Josef Komblin Enrique Dussel Ignacio Ella Correa Luis Espinal Segundo Galilea Lucio Guerra Rutilio Grande Carlos Mestas Jose Miguel Bonino Jose Porfirio Miranda Ronaldo Munoz Julio de Santa Anna Juan Luis Segundo Jung Mosung Paolo Süß Elsa Theims Jose Maria Vigil Befreiungstheologen mit kirchlichem oder politischem Amt waren oder sind Helder Kamara Erzbischof von Olinda und Rezif Paolo Ivaristo Arns Emeritierter Erzbischof von Sao Paulo Oscar Romero Erzbischof von El Salvador, der 1980 von rechtsextremen Todesschwadronen während einer Messe ermordet wurde. Am 24. März 1994 wurde das Verfahren seiner Seligsprechung eingeleitet. Samuel Ruiz Garcia stand von 1960 bis 2000 der Diözese San Cristobal de las Casas als Bischof vor. Petro Casaldaliga, emeritierter Bischof von Sao Felix do Araguaia. Ernesto Cardenal, Priester und Dichter, später Kulturminister in der Regierung des Sandinisten Nicaraguas. Er wurde als Mitbegründer einer Basiskommune auf der Insel Solentiname bekannt. Aus der das Evangelium von Solentiname, Bibelauslegungen der Campesinos, hervorging. Fernando Lugo, Bischof von San Pedro in Paraguay von 1994 bis 2005-2008 leisiert, 2008 bis 2012 Staatspräsident von Paraguay. Camilo Torres, kolumbianischer Priester und Geriakämpfer beim ELN im Gefolge Che Guevaras. Leonidas Eduardo Poano Vilalba, Bischof von Riobamba, Bischof der Armen und Indios. Gerade im deutschsprachigen Raum haben einige prominente Theologen versucht, befreiungstheologische Grundideen auch für die reichen Kirchen Europas geltend zu machen. Darunter sind Ulrich Duchro, Lutheraner, der mit Bezug auf Dietrich Bonhoeffer die gerechte Weltwirtschaftsordnung zur vorrangigen Bekenntnisfrage für die Ökumene erklärt hat. Raoul von Ebitancourt, Leiter des Lateinamerika-Referats am Mischenswissenschaftlichen Institut Missio in Aachen, geborener Kubaner, sowohl der deutschsprachigen als auch der lateinamerikanischen Befreiungstheologie Susu Rechnen. Kuno Füssel, Hans-Peter Gensichen vertritt eine nördliche Befreiungstheologie, die die Befreiung des Nordens aus dem Reichtum anstrebt. Horst Goldstein, Norbert Greinacher, Franz-Josef Hinkel-Ammert, katholischer Wirtschaftswissenschaftler, der eine Analyse der Gesetze des Weltmarkts für das ökumenische Programm gegen transnationale Konzerne vorgelegt hat. Elmar Klinger, Würzburger katholischer Fundamentaltheologe, zeigt oft, dass die Theologie der Befreiung weltweit die einzige theologische Strömung ist, welche die Anliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils tatsächlich verwirklicht hat. Willi Knecht, katholischer Theologe, der am Beispiel einer Diözese in Peru die Entstehung der ersten nicht-kolonialen Theologie aus befreiender Praxis und deren Aktualität dokumentiert. Erwin Kreutler, aus Österreich stammender Bischof von Altamira in Brasilien. Dorothee Sölle, deutsche Schülerin Rudolf Bultmanns, vertrat eine radikal kirchenkritische existenziale Interpretation des Evangeliums, feministische Sozialistin, die lange in den USA lehrte. Theologen wie Karl Rahner, Jürgen Moltmann, Johann Baptist Metz, Peter Eicher und Helmut Gollwitzer werden gemeinhin nicht zur Befreiungstheologie gerechnet, standen aber in einem teils intensiven Dialog mit ihr. Befreiungstheologen anderer Länder Mark-Eller-Althaus-Reit, Queer-Theologie-Professorin argentinischer Herkunft in Edinburgh, Ellen Bössack, Vertreter der schwarzen Theologie in Südafrika, James H. Conne, Vertreter der schwarzen Theologie in den USA, George Gasalis, französischer Schüler Karl Barz und libertärer Sozialist im Gefolge Jean-Paul Sartre, Mariano Delgado, Theologie-Professor in Fribourg, Schweiz. Mark-Hellis, jüdischer Befreiungstheologe aus den USA, Jean-Marc-Eller, Kameruner, bedeutendster Vertreter der afrikanischen Befreiungstheologie, An-Bayong-Mu, Vertreter der südkoreanischen Min-Jung-Theologie, Chung-Hung-Jung, feministische Befreiungstheologin aus Südkorea.